ZI ZA ZEPPERLIN Maxi darf jetzt mit dem ZEPPERLIN fahren Das ist wunderbar So schaut er aus Weiter geht's Servus Schaut ein bisschen aus wie so ein Nilpferd Die haxen nach hinten Aber wurscht Gut Wir sitzen uns da jetzt rein Und ich würde mal sagen Mit dem zweiten Gang Wir sind sicher Oh, es ist wirklich unbezüglich Wie so aus der Existenz Wo sind wir jetzt? Delta, zumindest das ist was du gesagt Oh, genau Ist das ein Zeppelin? Denkst du, sie können uns zu Thea Es ist ein Fahrzeugtransport Sie benutzen sie, um die Materialien zwischen den Seiten Alles, was zu groß ist für die Schuttele Ich bin sicher, sie können uns Oh, warum will ich arbeiten? Komm schon Oh, der Schraubschiff ist kaputt Haha 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 Was ist das? Die Schraubschiff Die Schraubschiff Die Schraubschiff sagt, sie hat einen Stun-Baton Du könntest das benutzen Komm schon, ich will nicht jemanden Ist das ein bisschen viel? Es ist nur ein Roboter, Simon Wir sind nur Roboter Entschuldigung Entschuldigung Nein, ich will nicht Ich will nicht Nicht, dass das auf einmal in seiner Nähe geht Hey, wir brauchen ihn Er ist voll nett Wir fliegen aber jetzt woanders hin Was? Also da werde er vielleicht gar nicht mitflammen Der nette Typ Ja, der ist vorher nicht mitflammen Wir haben ihn wieder getroffen Stimmt, du gibst ihn noch einen Wir haben ihn zusammen Wir haben ihn zusammen Kannst du gehen? Hey, probier den anderen Es funktioniert nicht Probier den anderen Ja, ich brauche nur ein paar mehr Holy shit Oh, jetzt greift er mir wahrscheinlich auch Was macht er? Was macht er? Geh hin Okay, bist du okay? Tschüss Ich hoffe, dass das funktioniert Jetzt haben wir schon Mörder Das ist ein Zeppelin Da rechts Das grosse Schult Mit Zeppelin draufstehen Keine Ahnung, ich kann nicht lesen Äh Danke Simon Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ich kann nicht lesen Äh Äh Danke Simon Keine Ahnung 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 Mein Gehirn will nicht, dass ich darüber nachdenken möchte. Es ist wirklich schwer, nicht darüber nachdenken. Ja. Könntest du vielleicht den Wunsch da drücken, damit wir gehen können? Ja, klar. Ja, shut up! Ja, los geht's! Du führst heute... Na? Hörst du mich? Natürlich so. Ich wollte, dass du dich wissen, dass ich weiß. Du hast nicht schlauend mich aus der Erde gebeten. Was? Dass den Dabby klopft runter und er noch nicht drückt. Geht's gut. Geht's gut! Passt schon! Schau zu, wie's fährt! In Flugrichtung bitte! Niemals! Ist schon immer Wahnes! Ja, wer merkt's! Vielleicht schauen wir mal die Fliegen. Ja. Ja, sieht man der Kompoten, oder was? Nix! Naja, da... Oh! Über dieses große schwarze Loch da! Das hast du vorhin mal runtergeschaut hast. Naja, das sehe ich nicht so viel. Wale! Ist das gehört? Gott, oder was? Das sehe ich gar nichts. Oh, jetzt Lotte! Jetzt Lotte! Jetzt darf er losgehen. Da kommen wir's. Was kommt denn da? Ich sehe ich nix. Ich weiß noch, eine Interstation. Also... Unterragens! Ziel! Unterragens! Naja... Blubberbläschen! Das ist gut, Simon. Wir haben ein wenig Delta Detour, aber wir sind wieder auf dem Weg. Ja. Wir sollten uns auf eine Plattform von Cargo in der Nähe der Beta. Dann gehen wir in die Seite, holen wir den Dumback, und gehen nach dem Abyss. 4,000 Meter. Das ist ein langes Weg. Wir müssen uns aber nicht rischern, weil mit dem Dumback, die Art könnte sein, in der Mariana Trenche sein. Das wird für alles. Das ist gut. Und dann, wir können zu hören, bei anderen Menschen, wenn sie sprechen, weil das ist wie die Gespräche funktionieren. Was? Oh... Entschuldigung, ich... Ich kann nicht mehr Gedanken darüber, was wir geworden sind. Es ist klar, dass wir nicht mehr Menschen sind. Aber dann, wie kann ich mich wie Simon sein? Wie kann ich mich wie nichts? Ich meine, technisch, ich habe keine Augen, keine Mund. Christi, das ist eine wunderschöne Sache, ich meine, ich mache Geräusche. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Du bist sicher. Okay. Du bist der Neue Körper wahrscheinlich hat die Szenen die du als Mensch als Mensch. Und dein Geist, nur eine Art von einem Weg zu verstehen, der Welt, superimposiert diese Skillset aufshalb von deinen neuen Features. Also, meine Geist ist es auf, wie es nichts anderes ist. Wenn es nicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu sein, mit dem Welt zu tun. Und das Stress würde entweder zu tun, oder zu tun, oder zu tun. Also, ich habe eine gute Balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz. Das bedeutet, dass ich das nicht sollte, oder, meine Gedanken machen mich? Kann ich die Balance auf, plötzlich, zu gewinnen, und zu tun? Ja, ich würde mich nicht interessieren. Ich meine, wir haben reale Dinge zu tun. Wir haben Menschen zu retten. Erinnern Sie? Erinnern Sie? Ja, wir kommen auf Theta. Ich werde die Omni-Tool. Wie immer, nicht vergessen, ich mich mit dir. Kath, bevor du gehen, die Artificial Intelligence die du erwähnt hast? Ja, die Warden-Unit, die WoW. Ist das die WoW's fault, dass wir so sind? Ich meine, und es scheint, wie etwas, wie eine unverliebliche AI machen würde. Ich glaube, es hat die Ball in Bewegung, aber es ist nicht mit dem Ziel. Es ist wirklich kompliziert, zu erklären, wie viele Menschen denken, Simon. Konzentriert auf Theta, okay? Tschüss. Okay, Maxi. Auf geht's, geh rein, da ins Theta-Schüt. Das Theta, das ist, wo wir hin müssen, oder? Ja. Wobei, auf der Karten war schon noch was. So wie die kennen, sind wir dann dort und finden's dort dann doch nicht, oder so. Straski, wake up Dr. Masters, we're bringing an Akers. What's wrong? What can I say? Is that a rough day? Jesus Christ. Das ist eine Beteiligung. Du hast ja. Was es besser? wenn ich eine Kümmerabe ich muss sie wegziehen. Straski, geh die Kümmerie bereit. Wir müssen sie hinzufügen. Warte, woher sind Kummerayvi und die anderen? Das ist alles, wir haben. Ich glaube, es ist noch etwas. Kamerewi war ein Leich. Die haben wir hinterher einen Turm gefunden. Das war eine von die Leichen, die Kamerewi. Und Strassky hat man auch schon oft gehört, gell? Strassky, ja. Was mir auch Stutze gemacht ist, dass man noch nie die Erdoberflächen gesehen hat. Nur immer die Unterwasserwelt. Da ist irgendwas nicht ganz korrekt. Korrekt. Ist nicht ganz. Ja, wie geil. Okay, das ist also die Täterstation. Da müssen wir eigentlich... Das schaut ein bisschen besser aus, als das andere. Bisher. Natürlich. Na zuerst dran. Logischerweise. Jetzt auszuziehen. Wie war das bei... Mit einstecken. Mit einstecken. Das haben wir auch bei Star Trek schon so geklappt. Ja, genau. Du musst mich extra so geschissene Dinge auszuziehen. Wie war das? Was falsch aber auch geht. Das war eh das. Wir sind die Borg. Ja, genau. Auf dem Raubschiff. Auf dem Raubschiff. Auf dem Raubschiff. Zum Reflektor schildern. Da hast du den ganzen Scheiß außertragen müssen. Ein ziemlich cooler Teil auf jeden Fall. Ja, das war eh der beste Teil eigentlich. Das mit den Borg. Aber das war trotzdem... Der erste Kontakt war das. Der erste Kontakt war das. Das war gescheit cool. Das war irgendwie jetzt total lächerlich ausgeschaut, als dann die Borgs so einzeln in den Weltraum auszuhause. Und die rotieren so. Dann schießen sie, genau. Hast du dir da schon noch ein paar mal geschaut? Nein. Weil es so hell ist, gell? Ich schau jetzt wieder was. Nein, also... Nachdem du eh bei so einem Glick hast, wirst du wahrscheinlich jetzt dann noch nichts Gruseliges sehen. Das... Das ist der Flanierung. Ich nicht. Holy shit, das Ding ist riesig. Ja, das ist schon mal eine ganz andere Druckkammer, gell? Ist jetzt wieder angestürzt. Ah ja. Ja. Geht schon. Nein, weil es hat immer dann so 5 Frames. Wow. Das Licht am Ende des Tunnels. Das ist wirklich ein bisschen größeres Ding. Hallo? Ist jemand da? Ist das Blut da am Boden? Ja. Oh, Kathrin, we found data. Ja. Das sieht so eine Mischung aus, ja. Ja, das ist Blut. Ja. Das gefällt mir ziemlich, der Station. Mhm. Ja, weil es du nicht springen musst. Ja, du nicht. Ja, stimmt. Das zöger ich schon raus. Sie haben sogar weiße Feuerlöscher, weil... Extra wurscht. Blut ist zu mindestens. Da geht nichts auf. Nein. Da geht auch nichts auf. Gut, dann gehen wir... aus, ja. Einfach geradeaus. Oder halt da so schräg geradeaus. Was? Okay. Wir haben keinen Zugriff. Passt. Dann bin ich jetzt zufrieden. Passt. Dann gehen wir wieder runter. Ja. Ende. Wiederschauen. Ende Gelände. Da oben sind zwei Tieren, oder? Ich schau da noch mal auf. Vielleicht kann man da auch so ein Scheinmal schmeißen, weißt du, wie es das du schon mal gemacht hast? Ja, klar. Da ist ja eh schon die Schein gesprungen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Das heißt, so fängt das Spiel an und schon... ...passt das nicht mehr. Kann ich da? Nein, geht nix. Ach so. So andere Feuerlöscher. Ja, pfiert sich auf. Ist das ein Regal? Kann man da die Laden aufmachen? Nein. Ist das ein Sörber? Ja. Da schnappen. Ah ja, stimmt. Der Zinnmacher. Hm. Ja. Na, da ist sonst nichts. Ja, der Computer wird es halt sein, wo wir hin müssen. Wir sind hier? Wir sind hier? Okay, great. Time to hijack ourselves as Submarine. There will be nothing stopping us when we get the Dumbass. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. Bestens nicht mehr da irgendwas. Hm. Temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... It's... Horilic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, dammit. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's... It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Hmm. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. It's a quarantine. Machen wir's mal auf. Danke. Maxi, viel Spaß. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. We are not done yet. Yes. I'd like to take the thing back. Yes. 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 The entry is not at all. For how long it's been. Oh. 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 Oh man. Das ist furchtbar der Raum. Ja. Das ist eh nicht. Das ist eh nicht. Oh shit. Das ist ein langer Gang. Das ist schon viel besser. Mhm. Da steckt dein Zipfer rein. Und diese Dinger werden immer mehr. Oder diese Fäden da. What the hell are you doing? I know it looks bad. But it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's. I mean that's the wow you're hooking up to. I need it okay. I wouldn't made it this far without it. Let's just keep going. I need it. Vielleicht war das gar nicht so gut, dass wir das immer verwenden. Vielleicht kommt aber das Viech. Wenn man das tut. Ja. Genau. This place looks deserted. So far. Aber ich glaube das Viech kommt sowieso. Man steht da voll Jungenwert und das nicht. Und da kommt das Viech nie. Und dann ist das einfach voll. Alter Schwede. Ich glaube wir sind da echt im falschen Raum. Bis zuerst sind ich gar meine Polen schicken. Ja. Links geht mein Mann. Müssen wir jetzt durchzählen Maxi. Ja. Mulder haben wir. Nein. Ist leer. Shit. Die geht auch. Ah. Cool. Ja du wirst es nicht die wieder durch. Oh. 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 Was hab ich? Was hab ich? Was hab ich? Probable Lambda oder Omaha? Was ist das nächste? Dir? Ja natürlich. Wir haben es immer leichter. Freilich. Da hast du die Hosen gemacht. Hey. Eine Dusche. Was noch gedampft. Also das ist jetzt sowas von Alien. Okay da ist was durchgekommen. Die Stationen schauen genauso aus. Aber. Ist eh cool. Ja. Vielleicht haben sie alle mit dem Arken geholfen. Um ihn zu Tau? Es scheint zu exzessiv. Aber nicht aus der Frage. Ich werde mich dann nur schrecken. Weil irgend... Etwas komisches da ist. Ja das ist eher zum Verstecken. Ja stimmt. Fuck. Wo war denn? Was war denn das jetzt? Ich weiß nicht. Oh Gott. Das wird so gemein wenn du jetzt was wirst. Oh Gott. Da kann man rauf gehen auch noch. Oder was? Das war doch gerade das Stirnhaus wo du vorbeigegangen bist. Oh Gott. Da geht es noch weiter. Überall geht es weiter. Überall geht es weiter. Und wenn wir da zurückgehen ist ja auch nochmal was. Ja. Ich weiß gar nicht ob wir da im Hauptraum woanders auch reinfahren. Aber da kannst du auch gehen. Ja das hab ich. Ja das kann man ja auch weg tun. Ich weiß nicht ob das so gut ist. Du es weg. Hehehe. 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 hehehehe. Hehehe. 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 and you are the Haward, you are the one. I'll tell them what is. doubtful what is. Why have you made a file of me? you are one of Dr. Munshi's Templates. the legacy scam Okay, das war's. Wow, das war's. Das war's. Das war's wirklich. Ich bin immer noch herausgefunden. Es ist verrückt, mit so vielen Lichtern. Was machen wir jetzt? Paul und ich werden wir testen für eine Woche oder so. Und dann werden wir eine Route nach dir. Danke. Der Modell war Sound. Es sollte sich funktionieren. Es ist nicht deine Schuld, David. Ich wünsche dir, dass alles anders aussehen. Ja, ich auch. Sie müssen dich zu retten. Hey, du hast mein Gehirn auf dem Bild. Vielleicht kannst du es auf einen Geist. Ja. Wer weiß. Du bist okay mit dem? Using es für meine Forschung? Sure. Es ist wie ein Teil meiner Arbeit ist, oder so. Wie ein Organschgeräusch. Du kennenzulernen. Du kennenzulernen? Was? Der Crash. Alles, was ich bis jetzt habe. Der Gehirnvermacht. Ihr euch. Alles. Das hat mein Leben so viel mehr real. Und mit der positiven Note. Und mit der positiven Note. Das hat mein Gehirnvermacht. Das hat mein Gehirnvermacht. Das hat mein Gehirnvermacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.